Die dritte Runde in der zweiten ÖFB Futsal Bundesliga steht auf dem Programm. Bereits am Samstag empfängt Wels den ebenfalls noch punktelosen FC Seestadt, wobei die Welser klarer Favorit in der Begegnung sind und nach der Papierform die ersten drei Punkte einfahren sollten. Am Sonntag nimmt die Liga dann aber richtig Fahrt auf. Zunächst kämpfen die immer stärker werdenden Steirer-Kickers um drei Punkte in Wien. Danach müssen sich die in Topform befindlichen Pantera Graz bei Serienmeister Murexin Allstars in Wiener Neustadt beweisen und könnten dabei ihre Tabellenführung ausbauen. Das letzte Spiel der Runde ist aber das Highlight dieses Spieltags. Um 18 Uhr kommt es zum Kärntner Derby zwischen dem Carintia Flamengo Futsal Club und dem LPSV Kärnten aus Villach. Das Spiel findet in Klagenfurt statt und wird zudem live auf unserem YouTube-Kanal übertragen. Alle Informationen rund um die zweite Futsal-Bundesliga bekommt ihr auf futsalblog.at.